Hier präsentieren wir die 5 beste Spiralschneider Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Original G-Fuß Spiralschneider 13780. 3 Stahlstifte im Umgang mit der Spirelli 2,0 Lösung das Gemüse sicher und zuverlässig. So hat der Koch immer alles kontrolliert, und die Finger bleiben unverletzt. Darüber hinaus können die Gemüse zu Pasta bis zur letzten kleinen Pfand verarbeitet werden. Scharfe Klingen aus japanischer Edelstahl garantie schnelle und einfache Handhabung. Auf der Grundlage dessen, was Sie konsumieren möchten, können Nudeln in 2 verschiedenen Spiral-Layouts gefunden werden. Der Spirelli 2,0 kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Nummer 4. Elirivavet Spiralschneider Hand Der einfach zu bedienende Spiralschneider von Elirivavet schneidet Gurken, Karotten, Zucchini, Kürbis und Kartoffeln in 4 verschiedenen Ausführungen. Der Koch wählt die passenden Klingen auf Knopfdruck auf verschiedenen leicht erhältlichen Tasten aus. Der Julien-Schnitt wird mit Schalter 1 gemacht. Mit Knopf 2 entstehen große Spiralen. Die Mischung aus Schaltern 1 und auch 2 produziert pflanzliche Pasta sowie der Reset-Schalter entwickelt große Spiralen. Dank seiner kompakten Form kann das Gadget in jeder Küche untergebracht werden. Die Reinigung erfolgt mit warmem Wasser. Nichtsdestotrotz schlagen einige Käufer zu, dass die Klingen eine Herausforderung haben, Zugang zu erhalten, was ein wenig lästig reinigen könnte. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Set-Horam Spiralschneider Hand Der Set-Horam Spiralschneider besteht aus 3 Komponenten der Leitung, der Klinge aus japanischem, wärmebehandeltem Stahl sowie der reduzierenden Verteidigung. Dank zweier weiterer kompatibler Klingen können vegetarische Nudeln in verschiedenen Größen hergestellt werden. Der verwendete Kunststoff ist PBA-frei und auch leicht. Um die Finger vor den scharfen Klingen zu schützen, nutzt die Prämie die kunststoffreduzierende Abwehr, um das Gemüse zu halten. Der Spirali zerschneidet verlängertes Gemüse, zum Beispiel Karotten, Gurken, Zucchini und Kartoffeln bis zu einer Größe von 7 cm. Zur Reinigung kocht der Koch im Grunde den Spiralschneider in der Spülmaschine. Nummer 2. Adorix Spiralschneider Hand Der Adorix Spiralschneider bietet 3 Möglichkeiten, Gemüse in einem kompakten Layout zu schneiden. Der Küchenchef wählt die bevorzugten Klingen auf Knopfdruck aus und krediert entweder Gemüsespiralen, Nudeln oder Stücke. Gurken, Karotten oder Zucchini dreht er über die Klingen. Um die Finger zu schützen, wird eine Pflege mit Spikes verwendet, um das Gemüse zu halten. Der Fräser besteht aus lebensmittelfreundlichem Kunststoff sowie Stahlklingen. Sobald stumpf, können die Klingen bequem erworben und gewechselt werden. Ein langfristiger Artikel. Die Reinigung ist einfach, da der Fräser leicht mit gemütlichem Wasser gespült werden kann. Und die Nummer 1 unserer Liste, Free Green Premium 4 in 1 Spiralschneider. Mit dem Free Green Spiraliza ist die Herstellung von Zucchini-Nudeln sowie diversen anderen Gemüsekreationen einfach. Gravitü macht einen großen Teil der Arbeit. Der Koch sichert das Gemüse im Spiralschneider nach der Wahl der gewünschten Größe für die Gemüsespiralen. Vier verschiedene Klingen stehen dafür zur Verfügung. Es gibt keine Forderung, die Klingen mühsam zu wechseln. Stattdessen drehen Sie die Rolle mit den Klingen, bis diejenige, die passt, aufsteht. Das Gemüse gleitet mit einer Kurbel über die Klinge. Ein praktischer Sammelbehälter sammelt die fertigen Gemüsenudeln. Käufer erhalten zusätzlich ein Kochbuch mit fantasievollen Rezepten für frisches Gemüse aus dem Spiralschneider. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.